Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Horizon Chase Turbo, wo wir jetzt Griechenland mal heimsuchen. Ach guck mal, Upgrade-Rennen können wir gleich machen oder machen wir das doch mal. Ich mach mal ein Foto. Ne, mach ich nicht, wir machen das erstmal ein Upgrade-Rennen und dann mach ich mal ein Foto von den Werten. Bist du mutig, dann schnapp dir ein paar Freunde. Boca. So, bei Upgrade-Rennen gibt es schon mal keine Münzen hier, die wir einsammeln oder Schilde oder Rennsymbole oder so, sondern nur Nitro und Benzin. Das ist schon mal recht angenehm. Schwupps, da war es Nitro. Was ich auch so gleich brauche. Was ich auch so gleich brauche. Ach, Mist. Warum leckt denn das hier so? Vielleicht noch was tust du? Ja, ich danke. So, was haben wir denn jetzt hier? Beschleunigung, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Nee, das brauche ich. Auf hochglanzpolierter Edelstahl, Hochpräzisionslaser, geschnittene Flansche, ein dickes Rohr und Ventile bieten zwei Austrittswege, damit der Motor bei wenig Gegendruck schnell ausatmen kann. Genau, das brauche ich. So, Meteora. Aber, jetzt mache ich mal ein Foto von den Werten hier und vergleiche die mal mit den anderen. So, Kamera. So, fangen wir mal ganz vorne an. Also. Ähm, die Höchstgeschwindigkeit ist mir relativ Wumpe eigentlich erstmal. Beschleunigung, da wäre er schneller. 5, 4, 5, 2 ist er schlechter. 5, 4, 5, 2 ist er schlechter. 5, 4, 5, 2 ist der auch schlechter. Der auch. So, 5, 9, 3, 8. Äh, nee, der ist ansonsten schlechter. Handling ist eine Katastrophe bei denen. Bei dem auch. Bei dem auch. 4, 5, nee. 3, 9, Gottes Willen, der wird immer schlechter hier. 4, 8, 4, 2, nee. Gott. Nee. Da liegen ja wild inzwischen. War schön mal beim NSX. Och, laugh. Mhm. Ach. Oh Gott Ich muss ja in jeder Runde hier perfekt fahren Ich muss ja in jeder Runde aufpassen 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 Tunnelstraße 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Akropolis Akropolis Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 «ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020 Genau, im letzten Moment noch vor mich gezogen. Hmm. Wie die Engel immer zur Seite dringen. Oh da kommt einer an, zack, rüber. Ja, seht ihr das? Kommt an, zack, rüber. Nicht schon wieder. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier Nito verwenden soll. Nein, nein. 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 Ruhe und Frieden Hier bin ich mal schwarz 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vereinigt die Arabische Emirate Wir haben aber trotzdem erstmal Griechenland fertig So, Akropolis hatten wir jetzt Santorini Und wir haben jetzt noch ein paar Aufmerksamkeit Die für die freundlichen ZDF, 2020 Hier kommt ein Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lila Himmel Ich weiß jetzt schon, dass das bei der Kompression nachher ein einzelner Matschi unten auf dem Boden wird Wow Eita Möne Mannschaft Möne Oh Gott, es ist er... Kopfschmerzen. Boah, alter ist das eklig. Das grenzt ja schon an Körperverletzungen. Aha, ein Lantier Stratos. Steh'n in die Mühe. Und Runde. Nimm dies und das und jenes und soll es sein. Wird er? Was? Wozu? Wird er? Keine Ahnung wo ich hier Nitro verwenden soll. Jetzt wird doch noch dunkel, oh Gott, da sehe ich doch gar nicht mehr wo ich lang muss. Geine Ahnung wo ich hier bin. Geine Ahnung wo ich hier bin. Mann, bleib weg da. 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 Ja, knapp. So, damit dürfen wir jetzt Griechenland haben, ne? Also mal abgesehen von diesem einen Rennen da. Neues Bonus freigestellt. Okay. Merken wir uns Griechenland ist noch nicht durch. Äh, Island. Machen wir, aber logischerweise erst im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.